Jetzt scheint es eigentlich still zu sein. Ja, das stimmt. Ich möchte wissen, wie viele Screenshots ich gemacht habe. Ich nicht. Oder dass einer vor dem Fireman herläuft, eine Benzinspur macht, die anzündet und dahinter ist gleich ein Fireman entlöscht. Das kannst du machen. Du kannst dir den Benzinkarnister kaufen und dann mache ich den Fireman. Geil. Ich renne durch die Straße und quasi... Oh, das vermehrt sich nicht. Warte, da muss ich mal irgendwie aufschießen. Das muss eine lange Spur schon werden. Mach schon. Warte, das ist eine lange Spur. Ja. Ja, ja. Wir müssen ja mal durch die Stadt werden. Moment, ein Gas Pump. Ich frag mich, ob die in der Welt quasi, die hier sind, zufällig... Ob die, ob die, ich glaub nicht, dass sie was machen. Oh lol, ich bin da eingestinkt, wenn ich eh drauf drücke. Nein. Ach, dann legt man sie drauf. Das ist super. Warte, ich kann mir so kleine treffen. Fire! Fäckig. Warte, man kann sich bei einem Feuerwehrauto kaufen. Der Nieskeller. Interessant. You bought car. Inventory. Take out. Take out. Okay. Und? Ich hab ein... Bitte in den Boden. What the fuck, you can't... Perfekt. Ich hab's kaputt gemacht. Ich bin irgendwie stuck im Boden. Versuchst du doch mal. Ich bin stuck im Boden und ich... Ah, lol. Ich bin weg. Für mich geht's. Und ich muss vorzunehmen mit Blick. Moment. Ich steig noch ein. Nein, anscheinend will ich doch nicht. Ich bin weg. Du standen. Jetzt muss. vielleicht wenn es job sind kann vielleicht Da dringend Oberrahmen Jetzt ist es Jetzt muss es langsam gehen Au Ah, da gehts Wow, das gehts auch nicht Da Oh, Scheiße Gell, der hat immer gebannt wegen Fail-Arten oder sowas Ja Die Bup-Bup-Bup-Bup-Sounds Scheiße Er ist ausgestingt Irgendwann ist es ausgestingt Nee, der wurde überfahren Oh Gott, ja. Der Terroristencar. Wir müssen irgendwie so eine Art Tokio Drift machen. Ja, das war echt. Hier wäre eigentlich auch ein Messlabor, was dich hier unten wohnen würde. Das ist super und ich finde gut, dass das kostenlos ist. Und hinter uns ein Krankenbogen. Ich bin irgendwie ein wenig stuck. Moment. Wir müssen bei dem Nobe wohnen. So jetzt. Geh vor dem Nobe. Ich muss rückwärts. Geh vor dem Nobe. No, 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 no. Geh vor dem Nobe. Du vergisst das! Du vergisst das! Achsel! Achsel! Den Planeten schau ich spawnen in meinem Auto! Sehr gut! Das ist gut! Ah, kann ich nicht! Oh, nein! Ich bin noch nicht mehr auf Feuer! Lol, das ist... Die vorweg! 2500 Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! 10 Sekunden! Ah, ich werde mal... Oh! 15 Sekunden! Here. Hold on, where is it? Where's the weapon? Ah, just follow me on video. Lord. Thanks. Take my car. Okay. Are you sure that's safe? I don't think so. Der hat wohl die Terroristen unterstützt. Der Terrorist unterstützt glaube ich. Er lässt mich mit dem Autoford. Das klingt voll falsch, wenn man es außerhalb vom Kontext hört, weil in real life würde ich ja niemals Terrorismus unterstützen. Und wenn man jetzt hier in Garrysmod Roleplay sagt, dass man Terrorismus unterstützen würde, obwohl es in einem irgendwie jetzt nicht in Wahrheit wäre, dann kommt man in eine Menge eher gar. Scheiße, da sollte man eigentlich richtig vorsichtig sein, was man sagt. Thanks. Can I, can I tell something on YouTube? Can I tell something on YouTube? No. What? This is no good. Ich hab grad 100k auf meinem Account. This is no good. Wieso? Was hast du denn gekauft? Gar nichts. Wieso hast du bloß noch 100k? Ne, 100k auf meinem Bankkonto. Bei mir hab ich grad 400k. Ja. Achso, 100k auf dem Bankkonto. Das ist kapiert. Alter. Ich bin einfach der Zug hier montant ist exportiert. Ich will mich hier drauf setzen. Okay. Jetzt kann es los gehen. Das schaut so gut aus. Ich bin ein fahrender Händler. Du wirfst einmal die Sauern vor den Ovi. Au, 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 au. Oh, zu viel. Au, au. Oh, da ist ein Hacker drauf. das ist er hat schnell er hat schnell es fällt mir immer noch das geht ich habe noch mal Oh. Ah, das ist Schwerde-Kopf. Da läuft einfach zerquetscht. Ich auch. Oh, ein Spawn. Hey, Admin. Alter. Super. Wie ist es eigentlich in diesen Appartements? Wenn du vom Balkon rauf springst, dann kannst du vielleicht aufs Feuerwerke drauf. Ja. Hätte mich. Genau. In echt von zwei und ein Auto einfach unten hier, da muss drauf springen. Ja. 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 Soma und das echte Feuerwehrmänner. Ja. 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 No. No bleeding. No bleeding. No bleeding. Ich schieß mir etwa die ganze Zeit an. Er sagt, you bleeding, und dann gehe ich mit dem Pfeiler schon drüber. No bleeding. Blood here. There's blood. No. So chased children, aber. Oh my god. Oh my god. Scariest mod. Boah, ich dachte du gehst jetzt aus irgendwie in Half-Life. Haha, da gibt ein Terroristen, wo er mich in mein Feuerwehr Auto gestohlen hat und schirrt mich einfach weg. Tolles Ende. Auf. Auf. Das war ein tolles Spiel. Mhm. Sollte man definitiv öfter machen. Mindestens. Ach ja. Na dann mach ich die Abmoderation für meine Zuseher. Also, wir haben ja jetzt insgesamt 11 Stunden gestreamt. Ähm. Das schneide ich jetzt zusammen, äh, auseinander und teile sie in so 15-20 Minuten Parts wahrscheinlich. Und lasse sie dann auf YouTube. 11 Stunden. Wir haben 11 fucking Stunden gespielt. Ja. Genau. 11 Stunden Garry's Mod. Äh, hast du noch abschließende Worte zum sagen? Ähm. 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 Ich bin froh, dass, äh, wir aus diesem Spiel gelernt haben, dass es einen Garry's Mods Rollplay-Server gibt, der nicht scheiße ist. Ja, ich mein, bis jetzt scheint der ganz gut. Also. Mhm. Cool. Ich glaub, wir werden öfters demnächst so ein Zeug machen. Mhm. Und, ja, ich freu mich drauf. Galeria Kaufhof. Ah. Ja, das ist der Werbespruch von dir. Ja, ich hab, ich hab schon. Perfektor. Und jetzt muss ich meine ganzen Rohmaterialien runter auf MP4 komprimieren. Cool. Voll Spaß. Cool. Meinst du, Anni-Legas ist abgestürzt? Oh, yeah. Pfff. Naja, dann. Mhm. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.